Ja, auf dem Plan stand ja, dass ich als Zweite dran kam, so als Frau mittendrin. Jetzt wurde ich an die Spitze gestellt. Ja, das weiß ich noch nicht, ob das so das Ideale ist, an der Spitze zu stehen oder hinten dran. Weil wenn ich hinten dran bin, habe ich schon mal gehört, was die da vorne sagen und kann vielleicht ein bisschen was nachrücken. Und so muss ich vorpreschen. Ja, es geht ja um Schüler-Meister-Beziehung. Schüler-Meister-Beziehung, das ist immer ein Lernen, ein Lernen von jemandem. Und eigentlich fängt das schon mit der Geburt an, vielleicht schon pränatal, dass wir immer von jemandem etwas lernen. Das Kind von den Eltern, dann der Jugendliche von den Lehrern, dann der Lehrling vom Meister. Es gibt immer ein Verhältnis von Schüler und Meister. Ob man es jetzt Schüler oder Meister nennen will, das sei dahingestellt. Aber es ist immer etwas, wo wir uns an jemanden anlehnen oder ihm nacheifern wollen. Ich möchte ein bisschen die Struktur aufweisen, die wir als Menschen, ja, von Geburt an, ja, leben, wo wir lernen. Wir lernen als Kind als erstes Mal in der Nachahmung. Und zwar nicht, dass wir ein Vorbild haben, das kommt erst später und wir wollen dem nacheifern, sondern die Nachahmung beim Kleinkind geschieht so, dass es ganz der andere ist. Ich durfte das wunderbar erleben, letztens bei Ikea. Da war eine Mutter vor mir mit einem kleinen Kind und dieses Kind saß da in diesem Wagen, die Mutter zahlte. Und ich schaute auf das Kind und das machte immer rup, rup, rup. Dann dachte ich, was macht denn das? Und dann sah ich, dass es an die Decke schaute und da war ein Ventilator. Und das Kind war der Ventilator. Und da wird so deutlich, das ist Nachahmung, aber nicht, es ahmt den Ventilator nach, sondern es ist in diesem Moment ganz das Erleben des Ventilators. Und wenn man sich das mal vor Augen stellt, was das bedeutet, dann sind die Nachahmungen der Erwachsenen ja in derselben Form gegeben. Dass das Kind eigentlich das widerspiegelt, was wir sind. Das ist die Nachahmung. Und zwar, dass sie ganz und gar das sind. Nicht, dass sie sich etwas aussuchen, was ihnen gut gefällt und das machen sie. Das kommt erst später. Das kommt dann später in der Schule, wo dann alles stimmt, was die Frau Lehrer oder der Herr Lehrer sagt. Die Frau Lehrerin oder der Herr Lehrer. Und das kann noch etwas weitergehen, dass man ein Idol hat, dem man nacheifert. Wir kennen das von den Jugendlichen, aber ich kann mich noch erinnern, an der Universität hatten wir einen Professor, Professor Wagner, Falk Wagner. Er war Systematiker und Hegelianer. Und wer auf sich was hielt, hörte natürlich Wagner. Und Wagner war von seinem Outfit schon sehr philosophisch ausgerichtet, mit Fliege und immer Anzug. Und das färkte dann schnell auf diejenigen über, die auch Wagner hörten. Und man sah dann schon in der Fakultät, wer Wagner hört. Das zeigt, dass es immer Vorbilder gibt, Idole gibt, denen wir nacheifern. Und im Zen oder in der Tradition, in der monastischen Tradition, gibt es die Lehrmethode, dass ein junger Mönch an die Seite eines alten Mönches gestellt wird und ihm dient. Das hat zwei oder verschiedene Seiten. Das eine Mal ist es die Seite, dass der junge Mönch am alten Mönch lernen soll, zu gehen, zu essen, alles in Achtsamkeit zu tun. Er ahmt oder folgt ihm nach. Der alte Mönch ist für ihn Vorbild. Und Kodo Savaki sagte einmal, er wünschte sich, er hätte so einen Mönch bei sich, Tag und Nacht. Denn das wäre für ihn die größte Herausforderung, immer präsent zu sein. Das wäre für ihn eine wunderbare Übung. Und da kommen wir dann schon auf das, was Lehrer-Schüler-Verhältnis ausmacht. Dass wir nicht mehr so sagen können, das ist Lehrer, das ist Schüler. Sondern auch wenn wir bei den Kindern anschauen, dass sie nachahmen, dass sie ganz uns sind. Dann ist das auch eine ganz große Herausforderung an Eltern. Und wie gesagt, an den Meister, was vermittle ich, was lebe ich vor oder wie gehe ich damit um. Wenn wir in der Nachahmung oder in dem Vorbild stecken bleiben würden, dann würden wir in der Jugendzeit stecken bleiben. Aber wir wissen alle, dass die Pubertierenden zum Beispiel aus diesem Vorbild erst einmal versuchen auszubrechen und sich selbst erfahren wollen. Sie wollen selbstständig sein. Sie wollen selbst ihr Ideal, ihr Idol sein. Und das ist ein ganz wichtiger Schritt. Auf der einen Seite ist er sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist das auch eine ganz, ganz große Herausforderung, eigenständig zu sein. Nicht mehr einem Idol oder einem Meister nachzufolgen, sondern eigenständig die Präsenz aufrechtzuerhalten. Nicht, wenn ein Schüler hinter mir steht, präsent zu sein, weil ich ja Meister bin, sondern dass ich präsent bin, weil ich präsent bin. Und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Schritt, den Jugendliche machen müssen und den wir auch auf dem spirituellen Weg einschreiten sollten, dass wir selbstständig werden. Jetzt erfahren wir aber, oder auch die Jugendlichen erfahren, dass das nicht so einfach ist. Denn da stellt man sich vor, wer man alles sein will und sein möchte und merkt, man ist das gar nicht. Man ist viel schwächer, als wie man es sich eingebildet hat. Vorher, wo die Eltern einen gegängelt haben, da war es ja klar, dass ich das und jenes nicht kann. Aber wo ich dann die Fähigkeit oder die Möglichkeit habe, selbstständig zu sein, da wird es dann schon schwerer zu erleben oder sich einzugestehen, dass ich es gar nicht so einfach kann. Dass ich, wenn ich sage, ich möchte so und so sein, dass das nicht so leicht geht. Vor einiger Zeit habe ich einen Bericht gehört im Radio von einem Herrn, der gerne diese Persönlichkeit sein wollte, dass, wenn er etwas sagt, wenn er irgendwo auftritt, dass er auch gesehen und geschätzt wird. Und er konnte es sich noch so sehr vornehmen, jetzt sage ich etwas sehr Kluges, jetzt bereite ich mich gut vor, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich jenes und dann müsste das auch klappen. Das hat bei ihm nie so funktioniert. Und er ging zu Therapeuten, die mit Pferden arbeiten und erzählte ihnen, dass es egal ist, wo er hingeht, wenn er in eine Besprechung geht, in einen Raum geht mit mehreren Menschen, dann wird er nicht beachtet. Man überhört ihn, man übersieht ihn. Und er möchte gerne in diese Selbstständigkeit, in diese Eigenständigkeit kommen, jemand zu sein, ein Selbst zu sein. Und die Therapeutinnen gingen mit ihm auf die Kuppel, wo die Pferde standen und die Pferde schauten zu ihm hin und dann weg. Nicht einmal die Pferde schauten länger auf ihn oder kamen auf ihn zu, um zu schauen, wer da jetzt in der Kuppel steht, sondern auch sie wandten sich von ihm ab. Und jetzt wurde trainiert. Es wurde trainiert mit ihm, dass er auf die Kuppel geht und innerlich die Stärke aufbaut, nicht um Gottes Willen, was machen die, wie schauen mich die an, schauen mich die nicht an, sondern da zu sein. Da zu sein im Augenblick, einfach zu stehen und nur zu stehen. Und das Ende der Therapie war, dass die Pferde ihm folgten, ohne dass er sie an dem Zügel hielt. Und er erzählte in dem Bericht, dass es darum geht, dass er innerlich eine Festigkeit haben musste, zu wissen, was jetzt notwendig ist. Und ich glaube, dass diese Selbstständigkeit, dastehen zu können, wo man steht, zu tun, was man gerade tut, dass das die Eigenständigkeit ist. Dass es nicht darum geht, irgendjemand zu werden oder irgendetwas zu erreichen, sondern dass wir lernen, dass das, was da ist, einfach da sein zu lassen und das, was ich gerade bin, zu sein. Dogen Senji, der Sen-Meister aus dem 12. Jahrhundert, sagte einmal, Sen zu studieren, heißt, sich selbst zu studieren. Und sich selbst zu studieren, jetzt nicht Dogen Senji, sondern meine Wenigkeit, heißt, dass ich erst einmal mich selbst wahrnehme, dass ich mich selbst erkenne. und sich selbst zu erkennen, bedeutet auch, sich mit all seinen Schattenseiten anzunehmen. Und Schattenseiten, das sind nicht meine persönlichen Schattenseiten, sondern Schattenseiten sind, wie der Tag und die Nacht, das Helle und das Dunkle. Das heißt, wir haben immer eine Neigung dazu, diese Polaritäten, in denen sich das Leben zeigt, das eine zu bevorzugen oder das andere abzulehnen. Und die Übung ist, weder das eine noch das andere zu bewerten, sondern das, was gerade ist, anzunehmen. Und damit muss ich meine Ablehnung und meine Vorlieben beiseite lassen. Beiseite lassen heißt nicht wegschieben, sondern sie nur erkennen. Und das nennt Dogen Senji sich selbst vergessen. Und die Übung eines Lehrers oder Meisters ist im Grunde genommen die, dass er sich nicht heilig macht, dass er nicht einen spirituellen Weg vorlebt oder aufzeigt, der sozusagen das Heilige als bevorzugt, sondern im Grunde genommen muss er den Schüler befähigen, beide Seiten des Lebens annehmen zu lernen. Und dieses annehmen lernen, nicht auf sich selbst zu beziehen, die Schattenseiten, das Unangenehme, das was wir ablehnen, sondern es auszuhalten. Daher sind die Übungen eines Meisters nicht gestellt, nicht vorgegeben, sondern im Grunde genommen ist es nur das ganz normale Leben, das er bei dem Schüler zumutet. Das ganz normale Leben und nicht irgendwelche besondere Übungen, sondern zumuten, was einfach ist. Ein Schüler von mir, er ist auch in den Medien unterwegs und hat ein Buch geschrieben und da beschrieb er seine Fan Erfahrungen und beschrieb, dass er zu seiner Meisterin kam und ihr vorjammerte, wie alles wehtut. Und ich dann nur sagte, ja so ist das, das tut einfach weh. Und das war für ihn so erschreckend, dass ich nicht sagte, das muss doch weggehen oder ja, aber wenn ich halt in einer engen Jeans einen ganzen Tag sitze, dann tut es einfach weh. Das ist so. Oder ich wurde gefragt, was ein Erleuchteter macht, wenn er Schmerz hat. Und ich sagte dann, ja dann weint man halt. weil es so wehtut. Und das ist etwas, was immer als ja als unmöglich betrachtet wird, dass man anders sein soll, wie das normale Leben ist. Nein, Erwachen oder Dasein heißt einfach das, was ist, zu sein und zu leben. Und das ist eigentlich die Aufgabe eines Meisters nicht irgendwelche außergewöhnliche Dinge einem Schüler beizubringen, sondern das Standing beizubringen, dass das, was ist, einfach ist. Und diese Situation, glaube ich, hat der Herr mit seinen Pferden erfahren, dass er einfach stehen muss in der Koppel und nicht denken, ja stehe ich jetzt richtig, was machen denn die Pferde, kommen die, kommen die nicht, nein, stehen. Und wenn er steht, dann kommen die Pferde. Und wenn er geht, und er geht nur, folgen die Pferde ihm. Und jeder, der einen Hund hat, weiß das. Wenn man mit einem Hund spazieren geht und man ist nicht bei der Sache, nicht präsent, haut der ab, ist man wirklich beim Spazierengehen ganz da, dann ist auch der Hund neben einem. Und das ist die Übung, glaube ich, die wir praktizieren sollten, nicht ein Meister zu werden, in irgendeiner besonderen Form, sondern das zu sein, was man gerade ist und das zu tun, was man gerade tut. Ich danke ganz herzlich.